Okay, der hat schon wieder neue Geschütze. Beruhe dich erstmal. So, ein Geschütz haben wir schon mal wieder ausgeschalten. Ja, das war ja gar nicht mal so schlecht. Versuch du dich mal an dem zweiten Geschütz. Mal sehen, ob du diesmal triffst. Jawohl, drei Schaden und eine Rüstung zerschreddert. Das ist gut. Ja, ja. So, das Geschütz haben wir auch erledigt. Sehr gut. Ja, haben wir, haben wir, haben wir. So, dann ist Sparky wieder dran. Und Sparky zieht mal. Jawohl. So, dann können wir nächste Runde nämlich, äh, das Gift ab... Oh, jetzt kommen sie von da. Verdammt, die Brettermeier. Oh, und wieder zwei. Ich kann nicht behaupten, dass mich deine Weigerung, mir zu helfen, überrascht. Das war das Ergebnis von beinahe 40% meiner Simulationen. Mhm. So, dann los. Feuer, du erstmal. Jawohl. Panzerung getroffen. Die Munition wird knapp. Wenn es sein muss. So, dann los. Mach den fertig. Sehr gut. Winkt er sich auch nicht mehr? Nein, der dich. Das war's. Keine Munition mehr. So, dann müssen wir... Hier einmal rüber. Und Feuer. Du musst natürlich treffen, Mädchen. Das war nichts. Ach, Mädel. Oh, das ist jetzt gefährlich. Oh, Schweinjabt. Erwischt. So, du drückst jetzt mal hier bitte den Knopf. Atmosphärensteuerung wiederhergestellt. Ventilationssysteme bei 100%. Der Raum kann nun sicher betreten werden. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Gehen wir. Die Aufzüge in der Nähe der Atmosphärensteuerungskonsole führen direkt auf das Dach. Danke, dass du den nächsten Schritt vorher ankündigst. Und ich bin das fehlerhafte Programm. Okay, ähm, wir müssen alle nach dahin evakuieren. Wie viel Bewegung hast du eigentlich? Du hast ja richtig gut bewegen, oder? Ähm, wenn du mal ein bisschen näher kommst. Ja, dann los, versuch die mal wegzuknallen. Puh, daneben. Zielangriff gescheitert. Ja, schön, Danko. So, du siehst ihn auch. Hast aber auch nur 66%. So, wir können aber... Hups. Wir sind auf dem Weg. Er scheint ja jetzt nur Geschütze zu geben. Also brauchen wir im Moment nicht auf Deckung achten, solange wir... Moment. Mit der Kondensatorentladung kriegen wir den doch sicher, oder? Zeig für einen Stromstoß. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kommen gleich neue? Oh fuck. Hä? Was ist denn jetzt los? Jetzt übertreibst du doch... Und der Strom... Ich glaube... Ich brauche Hilfe. Oh ne. Das Ding wird einfach immer weiter Einheiten zu Ihnen schicken, bis Sie umzingelt sind. Sie müssen von da verschwinden. Ja, jetzt... Jetzt habe ich natürlich richtig scheiße. Kein Wunder, dass Sie nur zwei Jahrzehnte gebraucht haben, um Ihren kostbaren Commander zu finden. Werfe Granate. Scheiße, ich habe vergessen... Oh fuck ey. Ich... Scheiße. Wenn ich jetzt die verliere... Dann muss ich nochmal laden. Das hilft ja nichts. Also das geht ja wirklich nicht hier. Ach nein, 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 nein. Bleib ruhig jetzt hier. Der hat gar keinen Schaden gemacht. Ich habe... Oh fuck ey. Stattdessen kriege ich hier noch drei Gegner. Scheiße. Trefft ihn. Boah, hier wird wenigstens einer ist weg. Ja, nicht schlecht am Arsch. So, ihr seid viel zu weit weg hier. Du musst nachladen. Nachgeladen. Mann, treff doch mal. Das ist doch lächerlich hier. Scheiße. Mann, wir sterben hier die Leute weg und ihr schießt da sonst wohin oder was? Das ist doch scheiße. Ziel neutralisiert. Die Munition wird knapp. So. Du musst dich erstmal selber bitte heilen. Los, heilen. So. Und dann stellen wir dich erstmal hier hin. Nichts wie weg hier. Nicht, dass du von dem da oben noch ihn abkriegst. Ich verstehe auch gerade nicht hier wieder. Das ist jetzt die letzte. Bestätigt. Überwachung läuft. So, da kommt neu die Schütze raus. Und da kommt noch. Also wir kriegen zwei Geschütze pro Runde. War vorhin die Runde zu Ende oder was? Und der kann jetzt einmal schießen, oder? Also wir schießen ja genauso schlecht wie mein Roboter. Ich hatte früher schon überlegt, den Turm dem Erdboden gleich zu machen, um zu sehen, ob es jemand bemerkt. Und ich frage mich, ob du es heute bemerken würdest. Warte mal, wir müssen das Ding der... Mensch, das ist das Scheiße hier. Du siehst nichts. Oh nein, ich komme da auch nicht hin. Ich komme nur hier unten hin. Ich will auf den da noch schießen. Wo haben wir hier noch einen? Da haben wir noch einen. Warte mal, vielleicht fangen wir erstmal mit wem anders an. Zum Beispiel hier müssen wir auf jeden Fall nachladen. Du siehst einen. Den da hinten, den da hinten. Du siehst alle. Im Moment wer... Du hast einmal blitzschnelle Hände, das ist gut. Dann los. Dann schießt du einmal auf den. Und machst den jetzt fertig. Schon beeindruckt? So. Dann müssen wir... Da haben wir jetzt noch einen und da haben wir noch einen. So. Du rückst jetzt einmal weiter. Und versuchst noch einmal hier in Treffer zu landen. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war richtig gut. So. Und wenn du jetzt hier endlich auch mal so einen... Äh... Äh... So einen geschützt. Jetzt siehst du den nicht. Ach, weil der Pfeiler dazwischen ist. Auch leck mich doch in der Fresse schüssen. Dann hier kommt. Übersteuerung. Dann müsstest du jetzt noch eine Bewegung zurückkriegen. Genau. So, dann gehst du bitte da hin. Ich bin auf den Weg. Und jetzt schießt du bitte... Das Ding weg. Der zeugst nicht genug Schaden. Ich brauche Munitionen. Ja, fuck ey. So, mit dir können wir noch ein bisschen hinterher gehen. In Richtung des Geschützes. Aber wir müssen dir ja auch Deckung geben. Falls du nicht triffst. Komm, mach weg. Puh, Gott sei Dank. So. Du kommst bitte einmal hinterher. Und nutzt die Gelegenheit zum Nachladen. Was hast du jetzt? Du kannst Feuerschutz? Overwatch? Ne, hier. Sie hier. Ja, gehst du Feuerschutz oder ziehe ich dich weiter? Aber was macht er hier? Warum kann ich ihn immer noch anwählen? Ich kann mit ihm nicht gehen. Ich kann mit ihm bloß noch Overwatch machen. Komm, du gehst noch einen Schritt weiter. Wir müssen die Leute jetzt endlich da mal rauskriegen. Wir sind schon wieder bei 37 Minuten hier. Und das geht einfach nicht vorwärts. Was soll ich mit dir jetzt machen? Ich komme aus der Runde nicht raus. Oder? Zug beenden? Ah, doch so. Oh, scheiße. Jetzt schickt ihr doch noch Roboter her. Fuck. So, und wieder zwei. Aber dafür keine Geschütze mehr. Okay, wir haben zwei Roboter pro Runde. Die sich natürlich auch beschissen verteilen. Deine Entschlossenheit ist bewundernswert. Doch ich kann diese Einheit mit 93,06%iger Effektivität recyceln und reparieren. Gilt für deine Soldaten das Gleiche? Nein, wir müssen hier zu langsam... Oh, das war gut. Ja, mache ich doch schon. Mann. So, was mache ich mit dir? Du kannst mir jetzt da drüben überhaupt nicht helfen. Dann ziehst du weiter. Natürlich. So, du siehst den leider auch nicht. Wo ist der denn? Der ist da oben. Du siehst den nicht. Komm, dann zieh mal bitte einen weiter. Jetzt siehst du ihn. Dann los, Feuer drauf. Rüstung hält stand. Ja, ja, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. So, Sniperine und ich müssen wir eigentlich dringend mal hinterher kriegen. So, du lädst bitte mal nach. Bereiter Kampfrückkehr vor. Und du siehst den auch. Los, wollen wir mal gucken, ob der endlich mal ein Treffer landet ist. Achse zu Achse, Schraub zu Schraub, Errungenschaft freigeschalten. Nicht schlecht. So, damit sind alle Gegner weg. So, das heißt, Alpha. Dich ziehen wir jetzt mal hier so weit es geht hinterher. Okay, bin unterwegs. Dann haben wir... Lilly haben wir auch noch gar nicht bewegt. Dann können wir mit Lilly nochmal weiterlaufen. Drücke aus. So, und ihr beide macht mal Feuerschutz. Falls der wieder... ...zwei Gegner schickt. Dann könnt ihr wenigstens einmal draufschießen, hoffentlich. Hä, was machst du denn jetzt? Und Feuer drauf. Na, immerhin ein... ...ein Schadenpunkt. Hä, da ist keiner mehr. Du dusseliger Roboter. Vielleicht sollte ich dann eine Anwendung für all die übrige organische Materie entwickeln. Wenn ich daran denke, wie viele Menschen ich in all den Jahren entsorgt habe. Was für eine Verschwendung. Ach verdammt, ich habe keine schweren Waffen mehr. Ähm... Hat irgendwer noch eine Granate? Präzisionsgewehr. Du kannst dies leider auch keinen. Du siehst noch einen. Und du hast auch noch einen Raketenwerfer. Aber mal gucken, wie weit kommst du damit? Hä? Wo steht hier denn? Ach, der steht hier... Hä? Kriege ich den nicht so platziert, dass ihr beide trefft? Moment da. Jetzt kriegen beide was ab. Dann los. Mach mal. Ja! Bombe! Ja! Der war richtig gut. Der war richtig gut. So, Leute. Jetzt, äh... Wo müssen wir hin? Da oben müssen wir hin. Dann würde ich sagen, jetzt hier einmal rennen. Komm. Bin unterwegs. Abmarsch hier. Kraut. Du kommst auch erstmal nach hier hin. Bin gleich da. Jane. Äh... Man kann diese scheiß Geschütze nicht als Deckung benutzen, ne? Dann dahin. Bin unterwegs. Alpha. Kommt da hin. Und Lily haben wir noch. Natürlich, Commander. Ja, du gehst mal da noch hin. Und machst dir nochmal einen auf Feuerschutz. Komm und hol's dir. Sehr gut. Immerhin Treffer. Es war nicht so viel Schaden, wie ich mir gewünscht habe. Du wirst doch nur dich mir gern mal ansehen. Und da kommt der Zweite. So. Slap. Sieht hier irgendwer ein? Du kannst einmal hier draufknallen. Dann los. Mach das. Leider hast du nicht erlegt. Ja, ja. Immerhin. 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 Ich kann jetzt zwei rausholen. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Kein Problem, Boss. Du gehst hier rauf und abhauen. Eine zwecklose Verschwendung von Mübel. Dir ist schon klar, dass mir die gesamte Anlage zur Verfügung steht. Offensichtlich nicht das Aufzugssystem. Im Moment nicht. Äh, geht in Ordnung. So. Diese Runde haben wir zwei schon mal gerettet. So. Du kannst hier nochmal schießen. Dann mach das. Sehr gut. Das war's für dich. Ziel neutralisiert. Munitionsvorrat kritisch. Du kommst hier nach hinten. Und los geht's. Und dann war's das. Feuerschutz. Ich gebe Feuerschutz. Und da kommen wieder zwei. Immerhin. Wieder einmal leicht getroffen. Ich habe die Rüstung beschädigt. Wenn ich doch nur die Alien-Schiffe im Orbit noch entdecken könnte, dann könnte ich uns mit einem Luftschlag zusammen in die nächste Welt befördern. Du siehst niemanden mehr. Du siehst beide. Du siehst auch niemanden mehr. Lilly kann aber noch high end zur Not. Aber wenn ich jetzt zwei rausnehme. Lilly und ich würde... Jane wird einmal schießen. Okay, los. Aber ich muss... Moment, kann ich denn mit Jane hier... Mit Jane komme ich nachher nicht hier rüber. Ich komme mit Jane nur bis dahin. Und mit ihm hier komme ich auch nicht bis da rüber. Ich muss einen von den beiden wegnehmen. Komm, Jane. Abmarsch. Ich dachte, ich stünde über solchen Dingen. Aber ich glaube, langsam gehst du mir auf den Sack. Ich habe ein ziemlich angenehmes Gefühl. Danke dafür. Ihr werdet natürlich trotzdem alle sterben. Stellt sich. So. 96%. 92%. 92%. 90%. Und du kannst ein wenigsten rausnehmen. Dann los. Der kann uns dann wenigstens nicht mehr angreifen. Weitere Munition benötigt. Und du siehst leider gar keinen. Oh, du kannst aber noch eine Kondensator-Entladung machen. Das ist natürlich günstig. Dann bitte. Fertig, Robert. Ja. Sehr gut. Oh, dann kriegen wir doch nichts mehr ab. So. Jetzt kommen wieder zwei Sonne-Typen. Aber diese Runde verpissen wir uns hier. Ja. 47 Minuten schon wieder. Ich glaube, ich mache zwei Folgen draus. Ich habe nicht viel übrig für Advent, Lily. Bring die Spark-Einheit zu mir zurück. Dann können wir sie gemeinsam vernichten. Das ist es, was Vater im Sinn hatte. Ja, ich glaube nicht. Hier werden die Fluchsmöglichkeiten aus, Lily. Das ist ein weiterer Weg nach unten von ganz oben. Ja, vielleicht wollen wir ja gar nicht nach unten. Hast du daran mal gedacht? Oh, ich dachte, was ist jetzt los? Okay. So, los. Raus da. Raus da. Bloß raus da. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Gut. Also, wir kommen hier immer noch nicht raus. Wo muss ich denn überhaupt hin jetzt hier? Wo ist denn hier die komische Lande-Plattform? Hier drüben oder was? Naja, gut. Dann gehen wir da hin. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.